Hier geht's mit Elie Gella Elie Gella Elie Gella, du bist der Beste, Mann Ich liebe dich Herzlichen Glückwunsch Elie Ich bin ein großer Fan und ich sehe dein Video auf YouTube Heute Jungs, letzter Tag Among Us von dem Monat hier Halt die Presse, was willst du? Drei ist der Sechste Glaubst du? Heute ist ein POTM-Pick? Sorry, ich dachte, was willst du? Auf emotional Im Voting stehen ist Koray Fili Omet Was für ein Voting? Warum nicht Elie, Bro? Warum nicht Elie? Wir werden gedraftet Wer wählt am Ende den POTM? Wir stellen vier zur Wahl und dann muss Community wählen irgendwo Schlotte, wie geht's dir so? Blenden und selbst Ich hab heute ein Bild von dir am Pool gesehen Die Sonne ist voll umsonst mein bester, ne? Ok 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 Scheint bei dir die Sonne? Bei mir scheint die Sonne, bei dir? Ja, jeden Tag, aber aus dem Arsch Ok Nice Spruch für die, der zweite schon heute Mach mal noch einen, hauen wir noch einen hoch Ok, Schlotte Erzähl Hast du im Urlaub einen Spiegel? Du? Ich bin nicht im Urlaub Ja, ich hab einen Ok Auch mal nicht benutzen He? Ja Weitermachen Ich hab noch einen, wenn du willst, Schlotte Lass uns erstmal spielen Ok Ok Ich bin 8K für 20 Sekunden. Ja, ja. Was? Was funktioniert? Was? So, Leute. Der beste Crewmate ist wieder da? Ja. Nice, nice, nice. Eli safe, Leute. Ist das ehrenlos? Ist das ehrenlos? Ich schwöre. Das ist ja so ehrenlos. Du scheiß Schwanz. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich schwöre, ist das ehrenlos. Ich bin sofort hochgehört. Roray, ich möchte nicht unterbrechen. Aber für alle Leute, Ernest, du bist ja nicht so oft dabei. Cousin auch nicht. Solch eine Tat kann einer hier in der Lobby machen. Zwei. 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 Einmal ich und der Mann, der jetzt was sagt. Wer sagt denn grad, was? Ja. Ich dachte, ey, du hast mich gekillt. Schlotte, der ***er. Dass die mich echt killen, ist ehrenlos. Schlotte, ich hoffe, Mané schießt 17 Tore gegen euch. Ich hoffe, dass du einen richtig heftigen Tunnel kassierst. Und dass in jedem Mané Best of Skills and Goals Video drin ist. Und du dich nie wieder rausreden kannst. Das ist mein großer Traum. Super kill. Super kill. Super kill. Leid schon aus. Und Schlotte und Ikenna sehr, sehr verdächtig. Nein, ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Schlotte war erst in der Runde schon verdächtig. Hör dir keiner zu, Digga. Wer war das? Komm, mit wem noch? Ja, ne, was willst du? Du warst da. Stille, der ist mal dahinter. Dortmunder Wien. Für mir, ich bin mir ziemlich sicher Schlotte. Wer hat das gesagt? Ich auch, ich auch. Ikenna. Was willst du, Mann? Schlotte. Cousin, Cousin. Cousin, Cousin. Cousin, Cousin. Nein. Hätte er einen Kill gemacht, hätte er gewonnen, ne? Wenn er killt, hätte er gewonnen. Es kann sein. Es kann sein. Du weißt, das geht weiter. Du weißt, das geht weiter. Ja, du kannst auch vielleicht gerade hoch. Erne war auch sus, Bruder, manchmal. Die müssen jetzt einen wählen. Einfach alle auf Schlotte. Alle sind auf ihn. Guck, erne spielt, erne spielt das, erne spielt das erste Mal mit uns, Sidney. Das erste Mal. Wenn die jetzt nicht alle auf Schlotte gehen, haben wir verloren. Mach erne. Was machst du, Sidney? Ich mach Ernesto, ich mach Ernesto, Bruder. Ich mach Ernesto, Bruder. Nach dir da. Ich call's jetzt. Das sind Alice und Schlotte. Alice und Schlotte gegangen. Das ist alles Taktik. Fireblade, danke, danke für dein Prime. Ah, fuck meine Hand, Digga. Wer hat's gerade ausgerastet, oder was? Ich versteh das nicht. Wieso machst du das? Weil ich das nicht nachvollziehen kann. Mann, Sidney. Digga, Sidney, was war mit dir, Flo? Kenner, du Psychologe, ich hab es in der Runde gesagt, dass du der beste Spieler bist. Und die Kenner spielen ganz gut zusammen, hä? Ich würd gern einmal wissen, wie es ähnlich geht. Ach, du bist ein F***er. Ich hoffe, Mané schießt vier Tore gegen dich. Er wird dir einen richtigen Pfarrer geben. Und du bist in jeden Best of Skills and Goals von Mané drin. Ich hoffe, es ist so krass. Er killt mich, ich bin AFK. Egal, ich glaube, wir haben erste Runde. Egal. Ruhe im Chat. Ruhe im Chat. Sidney killt direkt. Aber dann bin ich sass. Ich sag schon, was passieren wird. Entweder kill ich jetzt Sidney und dann bin ich sass. Oder Sidney wird auf mich gehen. Klippen, klippen und hochladen, klippen und hochladen. Oder ich mach keinen Kill, hab nichts mit dem Kill zu tun. Dann sag ich Sidney, Eli, warst du's? Dann sag ich nein und dann werden die wieder sagen, oh, zittrige Stimme, zittrige Stimme. Und Edos und Willi und die anderen werden alle mit drauf springen. Guckt jetzt, ich klippe es. Ich mach jetzt keinen Kill. Wo warst du, Eli? Hier, ich mach meine Task. Ich mach meine Task. Ich mach meine Task. Mit geleckten Haaren. Mit geleckten Haaren meine Task. Mit geleckten Haaren meine Task. Mit geleckten Haaren meine Task. Guter Kill. Das war aber ein schöner Kill von dem Pasta. Leiche bei Navigation. Ich bin an den Camp. Ich hab an den Navigations-Dings gesehen. Eli und Erne, glaub ich, haben da lange gecheckt. Ja, ja. Ganz kurz, Ernesto, von wo kamst du? Ich kam von Weapons. Ähm, ich kam auch von Weapons. Nein, kamst du nicht. Willi oder irgendjemand hat da eine Task gemacht. Ich bin da vorbei. Und da war kein Ernesto. Ja, ich war Navigation. Keine Ahnung, wo das da war. Auf jeden Fall. Ähm. Eli, Eli plus eins. Aber Erne kann halt auch einfach nur los sein. Ja, aber er war da. Er war da. Er war da. Aber Jungs, vergesst nicht wer tot ist. Das könnte auch so ein persönliches Ding sein. Ja. Aber ich will dich jetzt nicht Eli und Billy direkt ansprechen, aber... Ich kann sagen, ich hab diesen Kill wirklich nicht gemacht. Aber ich wünschte, ich hätte ihn gemacht. Der war ja mit mir gewesen. Ich war es leider nicht, Erne. Das musst du sagen. Eli, schau mir. Atme mal ganz tief durch. Ja. Vereil dein Groll, wenn Sidney dich verbessert oder dich gerade irgendwie in einer Hand provoziert. Warst du es oder warst du es nicht? Ich war es wirklich nicht. Aber ich wünschte, ich wäre es gewesen. Was hättet ihr denn den Kill machen können? Also entweder Erne oder Eli oder was? Nein. Willi und ich hätten sich... Erne ist ganz neues Hass. Erne ist Hass. Nein. Was für... Oder Eli. Ich komm von links. Ich war die ganze Zeit mit dir da unten. Nein. Ich kam von links. Du warst mit mir. Wir sind zusammen nach unten gelaufen. Erne oder Eli. Oh, come on. Das meine ich. Erne oder Eli. Ich hab gesagt, dass ich es nicht sein kann. Aber sie haben es trotzdem jetzt auf dem Schirm. Ohne Sinn. Ohne Blase. Shiny. Du hast es vorher gesagt. Ja. Aber das ging noch. Das ging noch sogar. Ich hab den Kill nicht gemalt. Aber ich bin trotzdem sass. Oh. Jungs. Ich hab grad... Also ich hab nicht in den ersten Sekunden direkt reported. Ich wollt grad paar Meter nach vorne machen. Aber ich hab nichts gesehen. Der Cousin leaked Storage. Nice. Vor dem Benzin Ding. Also frisch. Ja und... Billy konnte den Kill nicht machen, weil er nicht käms hat. Ich weiß nicht, ob der irgendwas gesehen hat. Ey Elders. Du meintest, du bist ein paar Meter weiter vorangelaufen. Mal gucken wolltest, ob der was ist, oder? Ich hab versucht. Ja, aber es kann grad jemand von... Also ist die Leiche frisch gewesen? Ist die umgefallen, oder wie? Nein, Bruder. Deswegen bist du. Ich hab mäßig... Ich hab mäßig geguckt, ob der... Ja, ob der grad... Ob der Kill Fisch ist. Ja. Aber die Leiche lag da schon. Helders, du kamst auch grad von rechts mit zwei anderen zusammen. Wer war das? Ja. Also rechts war Willi's... Also Willi's Hälfte. Ich weiß nicht, woher du kamst. Ich auch von rechts. Auch rechts. Oben oder unten? Oh, da ist das nicht. Ich war grad in Cafeteria. Wie? Weapons... Weapons war ich davor. Und dann Cafeteria mit... Und das ist ein Big Cap, Bruder? Ikenner kam von rechts unten oben? Ikenner war nicht Cafeteria. Willi, wo warst du grad? Ikenner war nicht Cafeteria. Ikenner war nicht Cafeteria. Ikenner war nicht Cafeteria. Ikenner ist das im Kopf. Wir müssen weiter befragen. Wenn das nicht geht. Ich bin... Ikenner war gerade wirklich bei Weapons und am Ende Cafeteria. Ja, aber jetzt... Wir haben von rechts unten... Ich war jetzt... Aber jetzt aber... Irgendeiner lügt hier. Einer lügt hier. Omid und ich waren links. Ich war ziekült hier die ganze Runde. Wo war Erne? Erne? Erne hat nichts gesagt. Erne, wo warst du die ganze Runde? Nein, Erne ist es nicht. Erne ist es nicht. Erne ist es nicht. Erne war die ganze Runde bei ihm ja... Ich nehme meinen Notizblock raus. Notizblock raus. So, jetzt mache ich ihn killen und dann werde ich direkt beschuldigt. Ich wurde gerade nur nicht beschuldigt, weil ich links war. Eldos ist ein toter Mann. Du bist ein toter Mann. Verstehst du das Eldos? Ich mache eh die gelle Classic. Eh die gelle Classic! Und weg! Über alle Berge! Über alle Berge! Über alle Berge! Alter! Das müsste 4 Electrical sein. Ich war in Madbay, da war mit Willi in der Cafeteria die Task machen. Koray bist du von oben oder unten gekommen? Koray bist du von oben oder unten gekommen? Woher weißt du wo ich bin? Die Lads sind aus. Oh! Die Runde! Ich war in den Camps zum Kopf. Da war doch die... Du warst gerade in den Camps? Ja. Okay, ich bin von oben gekommen. Warte mal, das ist einfach. Das ist einfach. Erne war in Madbay. Ich habe ihn gesehen. Ich war in 4 Cafeteria. Wo ist der Kill? Electrical? Ja, ja. Kann man von dort dahin wenden? Zum Madbay? Frage, als ob du das nicht wüsstest. Ja doch, kann man, kann man, kann man. Man kann von Madbay dahin wenden. Wer ist Security? Ikenner. Ja, den kann man auch wenden. Ja, warte mal, ich überlege gerade. Wie gesagt, Lads waren aus und ich habe nur Korea in dem Camp-Bereich da gesehen. Wie lange warst du an den Camps? Die ganze Runde eigentlich. Nein, nein, ich freue mich nicht. Jungs, Jungs, Jungs. Ihr macht voll dumm schon wieder. Digga, ganz kurz. Nein, Willi, ich will kurz reden. Diesen Kill haben gemacht Ikenner oder Erne. So einfach ist das. Nein, wie denn, wenn ich die ganze Runde in den Camps warst? Bitte, Koray, Koray, bitte, bitte. Ich war in Weapons, die Runde davor mit Ikenner. Und ich habe explizit nur auf Ikenner geschaut mit dieser Abschießtaste. Ja. Ikenner hat die viel zu kurz gemacht. Ich hab die auch nicht zu Ende gemacht. Ich hab die auch nicht zu Ende gemacht. Ich nehme Verantwortung. Reicht mir. Reicht mir. Geht auf Ikenner, bitte. Aber bei sieben, bei sieben. Heldos ist auf Ikenner. Bei sieben? Geh auf Ikenner. Ja, das ist so wieder so heftig. Lass uns nicht splitten jetzt, Jungs. Lass uns nicht splitten. Jungs, einfach. Es ist Ikenner. Es ist Ikenner oder Erne. Einer von beiden ist es safe. Es ist nicht Erne. Es muss nicht Erne sein. Warum soll es denn nicht Erne sein, Schlotte? Dann ist es Schlotte und Erne. Dann ist es Schlotte und Erne. Dann ist es Schlotte und Erne. Antifresse. Ohne Sinn, Wollser. Warum sagst du es? Fixed the lights unmuted. Mute, mute. Also, Schlotte muss am Leben bleiben. Okay. Willi. Willi, lass mich erklären. 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 Können wir jetzt mal gemeinsam an einen Strang ziehen? Es ist Ikenner. Ich will ganz kurz was sagen. Ich will ganz kurz was sagen. Lass mich erklären. Okay, mach du. Willi. Diese eine Aufgabe bei Wettens. Ich habe vor Anfang gesagt, ich habe sie nicht zu Ende gemacht. Es wurde sabotiert und dann habe ich abgebrochen. Quatsch. Guck mal, Eli hat doch gesagt, er war Mad Bay. Es kann ja auch sein, dass er dahin gewendet ist. Ich war nicht Mad Bay. Ich war Cafeteria. Rechts. Okay, ganz kurz. Aber Eli nimmt den Kenner gut in Schlotte. Nein, ich mache niemanden. Ich will nur nicht wieder verlieren. Ihr macht voll dumme Sachen. Ihr wählt bei Siebel und Schlotte sagt, es ist nicht Erne. Das kann nicht sein. Diesen Kill hätte Erne machen können. Deswegen ist für mich Schlussfolgernd. Was laberst du denn, Mann? Bist du dumm? Er kann den Kill gemacht haben und Mad Bay. Er war vor mir im Mad Bay. Erne, wo warst du letzte Runde? Wo warst du? Wo warst du? Es ist nicht Erne. Er war mit Willi die ganze Zeit und dann bin ich mit Mad Bay rein. Er war Mad Bay. Und diesen Kill hätte er gemacht haben können. Ich habe aber nicht zu Ende gemacht. Nein, komm, macht überhaupt gar keinen Sinn. Digga, ich sage, es ist Schlotte. Ich sage, es ist Schlotte und Erne. Es ist Eli, Digga, der beschuldigt mich. Weil ihr schreist Teammates seid. Was labert ihr? Das ergibt gar keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn, was ihr macht. Wen hast du gewählt? Auf einmal redet man, auf einmal wählt man bei 7. Ich muss mich jetzt verteidigen. Bei 7 wählt man nicht raus. Ohne Sinn. Ich bin auf den Kenner gegangen. Erne, auf den bist du gegangen? Ich habe geskippt. Ich habe geskippt, weil man immer skippt bei 7. Digga, es ist Koray nicht, Omed, Erne nicht und Willi weiß nicht. Ich schwöre mich wie gut. Ich schwöre mich wie gut. Digga, nervt doch, Koray. Wenn ich tot bin, die Kenner ist es. Zwei Kills, die Kenner. Du musst das jetzt verstehen. Doppelkill. Willi müssen wir jetzt kennen. Wo ist Willi? Wo befindet sich Nikolas? Bruder, wie willst du so gewinnen? Ich würde gerne nur einmal auf die Kenner gehen. Es macht keinen Sinn, auf alles macht keinen Sinn. Guck mal, Schlotti. Ich weiß nicht, ob... Also ich weiß wirklich nicht, weil du noch nicht oft mit... Warte mal kurz, Ich-Kenner. Ich weiß wirklich nicht, ob du es weißt, weil du nicht so oft mitspielst. Aber wenn jetzt Ich-Kenner... Sagen wir nur als Beispiel. Ich-Kenner ist jetzt falsch. Dann sind noch zwei drinnen. Ich weiß. Dann machen die ein W- und die Runde ist durch. Auf den, auf den. Ich habe gar keine Kraft mehr, mich zu verteidigen. Okay, auf den. Ja, okay. Okay, du bist es nicht. Es macht wirklich keinen Sinn, Willi. Okay, jetzt bist du es. Ich sag uns, wir dich kennen... Nee, aber guck mal, guck mal. Du glaubst... Du glaubst, dass ich im Poste bin. Du glaubst, dass ich im Poste bin, weil ich die Aufgaben zu schall gemacht habe. Und wenn ich das glaube, dann kann ich mich überzeugen. Fertig. Ich habe von Anfang an gesagt, dass die Aufgabe abgebrochen war. Wen haben die gewählt? Wen habt ihr gewählt? Wen habt ihr gewählt jetzt alle? Ja, ja. Im dritten Mal jetzt. Eins, zwei... Kann der Typ endlich mal raus? Dick hat Angst. Aber ganz kurz, wenn... Also, dann ist... Ach, scheiß auf. Ja. Ja. Kein Sinn, die Runde. We talk. Kein Sinn. Ich schwöre, macht keinen Sinn. Die machen... Also, es war nicht mal so sass, oder? Dass es die Kenner war. War es so sass, scheit? Die machen zweimal Vote bei sieben. Also, man votet nicht bei sieben. Die benutzen zweimal das. Die benutzen das zweimal. Das ist scheiße. Und das ist immer wieder bei meiner Runde so. Dreimal Vote bei sieben. Dreimal. Ich bin schon tot. Hat keinen Sinn. Du musst jetzt zwei kennen und dann denken, die noch zwei sind drin. Ja. Ja. Scheiß auf. Ja, denkst du, wir spielen noch richtig? Digga, machen die zweimal Votes bei sieben. Was ist denn mit euch los? Digga, dann sag doch, wenn irgendwas... Also, ich hab das mit meinen Chants jetzt hier ausdiskutiert. Das ist ja völlig verrückt. Zweimal Vote bei sieben nicht wählen? Und dann sagt Schlotte, er ist es zu 100% nicht, dass es Ernesto ist? Das ist großer Quatsch. Dreimal. Dreimal sogar. Dreimal. Dreimal. Zweimal Emergency Button. Das macht man doch nicht. Ikenna war nicht... Er war Sass, aber das war er so doll Sass, dass man ihn dreimal Emergency und dann in den ersten beiden wählt man ihn nicht, aber dann bei der dritten. Das ist zu krass, Jungs. Mach jetzt neue Runde. Mach neue Runde. Erst beim dritten Emergency. Wenn ich jetzt gekillt werde, bin ich im Loch. Ikenna war Sass, ja, aber nicht so Sass, dass man zweimal stoppt. Wir konnten ja nicht mal Kills gerade machen. Wir konnten nicht mal so... Du bist in die Runde, konntest du nicht gewinnen. Geht nicht. Und so offensichtlich war es nicht. Er hatte ein okayes Alibi. Und jetzt für den Nachtritt wählen sie mich nochmal raus. Vielen Dank für den Support. Erne ist es nicht. Erne ist es nicht. Erne ist es nicht. Ich war mit Koray und Kuhsägen hier oben. Schlotte, Schlotte. Erne ist es nicht. Erne ist es nicht. Ich war auch mit euch rechts. Koray und Kuhsägen sind es auch nicht. Also ich würde sagen... Erne ist es nicht. Erst mal sagen, wo die Leiche ist. Aber egal wo sie ist, Erne ist es nicht. Damit du das schon mal verstehst. Es ist die Wahrheit. Die Leiche ist der Lechkel und Erne ist es nicht. Okay. Ich war gerade so ein Lechkel. Also die muss richtig frisch sein. Ja, 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 ja. Weil ich erklär's dir auch. Ich war ja mit dir bei Reaktor, Sidney. Bin dann runter. Das Licht ist ausgegangen. Innerhalb von einer Sekunde wieder angegangen. Und diese Leiche liegt direkt vor dem Lichtschalter. Ikenner, kurze Frage. Wo bist du? Ich bin bei Storage unten bei der Müllaufgabe. Und den Rest der Runde war ich sonst noch reichlich. Ich kenne auf jeden Fall. Okay, weiß ich nicht. Ich war letzte Sekunde in den Camps. Erne ist es schon mal nicht. Erne war recht. Erne war bei dir. Komm rein und Kuhsägen waren bei mir. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Okay, also in der Nähe vor der Leiche. Dann müsste Schlotte hier entgegenkommen sein. Okay. Danke auch schon. Okay. Falls es nicht sicher ist, gefällt mir seine Team-Dynamik. Ey, die Gelder wurde gevotet. Ich war Willi im Blick. Ich war so sauer die ganze Runde, dass ich mich die ganze Zeit beschwert habe und weiß nicht, wo ich bin. Das ist aber auch realistisch. Das lassen wir einfach durchgehen, dass er nicht weiß, wo er ist. Genau. Boah, hab ich ne Krawatte auf Willi. Ich werd Willi so krass killen gleich, wenn ich Impostor bin. Sofort. Und ich werd ihn jetzt die ganze Zeit beschädigen. Wetten wir, ich schaffe es ihn richtig zum Auslasten zu bringen? Ich sag ich schaff's. Wie viele Giftshubs? Fünf? Das ist also richtig beleidigtes. Sollen wir es mal probieren für nen Salz? Zeigefinger rein, dass ich es richtig versalzen heute hier mal machen soll für Willi. Das ist also... Oh Jungs, ne. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist mein Ziel. Sollen wir es probieren? Ne, ich vertrau dir, ne? Ich werd so direkt fragen, wo Willi war und so. So, was ist hier los? Warum fix niemand Lights? Kann mir das mal jemand erklären? Was ist hier los? Okay, ich weiß es, glaub ich. Hilfe. Wir müssen auf jeden Fall warten. Wo ist Willi? Willi, wo bist du? Ich bin mit Eldos. Wir sind grade von Shields hochgelaufen Richtung Navigation. Ja. Okay. Self-report und Eldos ist der zweite. Ja, Eli, Eli, sag ich auch, soll ich nicht sagen warum? Sagt ihr, guck mal, äh, Cousin und ich waren auf der linken Seite. Eli, du warst irgendwo in der Mitte, da hab ich dich zumindest zuletzt gesehen. Das heißt, auf der rechten Seite müssen halt die anderen gewesen sein. Ja, 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 ja. Warte, 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 warte. Die Lichter sind ausgegangen, dann sind die Türen zugegangen und Sidney und Willi waren dort. Ich dachte, dass das Sidney ist und Willi umbringt, dann hab ich nach einer Leiche gesucht. Wo waren die? Willi raus. Ja, das ist nur ne Frage. Ja, ich gehe mich raus wie in Save for Eli. Gehe ich mit dir, aber jetzt meine Frage ist, wenn du da nie so bist, ich und Eldos anscheinend ein Double Kill. Ja. Aber du Sängen und die Kenner könnten es jetzt nicht gewinnen. Nee, nee, nee. Das geht nicht. Aber Eli spielt das gleiche Spiel wie die letzte Woche. Nein, 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 nein. Es ist Willi. Warte, 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 warte. Willi raus. Willi raus. Ich wollte auch angekommen jetzt, Bruder. Ja. Es ist Eli. Ich weiß es nicht, wer es ist. Okay, ich lieb. Ich und die Kenner sind's, aber Eli gg. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ich bin die Kenner. Es ist Willi. Vertraue mir mal, Eldos. Ihr beide seid's. Ihr beide seid's. Gut. Und der nächste. Und der nächste rein. Eldos, was auch gut macht für mich. Das muss eine ganze, ganz kleine für mich dabei, ja? Pff, damit jemand richtig zum Ausreißen kommt. Was ist denn passiert? Ja. Ähm, ich möchte gerne, äh, Emergingly. Ich möchte Eldos rauswählen. Ich bitte dich, ich bitte dich. Bruder, Ikenner ist so krass. Nee, guck mal, guck mal. Nein, nein, nein. Eldos, 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 Eldos. Eldos ist ganz einfach. Ich kann dir auch erklären, warum. Du bist mit Willi doch gerade gelaufen, oder? Ja, wir waren am Ende schon. Ja, eben. Und wir haben Willi rausgeworfen. Das heißt, wenn es Willi nicht gewesen wäre. Und außerdem hast du so rumgeeiert bei Willi. Wie geht's jetzt? Wir haben ein Double Kill gemacht? Ja. Einfach aus dem Grund, weil Willi draußen. Nein, nein, ich will, ich kann euch, ich kann euch das sehr. Also Jungs, 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 Jungs. Ich hab den Redeball. Ich hab den Redeball. Ich hab den. Ikenner, ich hab den Redeball. Ganz kurz. Ich wollte, ich wollte Willi einfach rauswählen vorhin. Einfach so, weil es lustig war und ich ihn nicht zum Ausrasten bringen will. Der wird grad lachen. So. Dann hat Eldos, ähm, so rumgeeiert und deswegen ist es Eldos. Bruder, ich hab ihn nicht beschützt, sondern ich wollte, du hast gesagt, auch Eldos. Ja, aber guck mal, wenn es Willi, nein, nein, guck mal. Willi und Eldos waren sass, weil Weiltalk, Ikenner. Hör mal auf, mich zu unterbrechen, Mann. Ikenner und Koray, ne, wer war das? Er, ne, Ikenner und ich waren die Hälfte der Runde zusammen. Dann wurde ein Doppelkill gemacht, drei Kills sogar. Das ist zu lange von der Zeit. Also, euch beide Schwänze hab ich nicht gesehen. Und du hast dann mit deiner zittrigen Stimme rumgeeiert. Deswegen bist du der Zweite und weil ihr vorhin ein Dabo-Abo auf dieses verf***te Emergency Button hattet, mach ich das jetzt aus und deswegen verpisst du dich jetzt. Wenn du's nicht bist, dann geht's auf meine Kappe. Mir doch irre. Tschüss. Ja, so einfach ist das. Koray ist übel leise. Ja, Koray ist zwar schon tot, aber das ist ein guter Call. Wiesen! Oh, okay, Eli. Erstmal ein fettes GG, okay? So. Du kriegst es tough. Wie viele willst du? Wie viele willst du von mir? Ich, hör, ich werd mal erst mal einen GG geben. Ausrufe Zeichen 10 bei mir, okay? Ja, ja, ja. Eli, vielen Dank für 10, Bro. Wir haben drei gegen Elds. Wir haben keine gegen Elds. Wir haben keine gegen Elds, Bruder. Hör auf, Rumpsoil. Mach nicht soft. Emergency, Digga. Ja, ja, ja. Wie heißt es denn, Digga? Wie heißt es denn? Emergency. Eli, du, ich wär fast ausgerastet, aber ich wollte noch beisammen bleiben, weil ich nicht auffallen wollte. Aber wo du dann deine Taktik verraten hast. Hä, nein, das war also Real Talk. Ich wollte dich abfacken, aber ihr wart auch sass. Sobald du 5% sass warst in dieser Runde, bin ich auf dich gegangen. Einfach so aus Prinzip. Ja, das war's ja. Jetzt hast du auch 10 bei mir. Ja, okay. Habt ihr die taktische Meisterleistung gerade gesehen? Habt ihr die taktische Meister-Crew-Mate-Leistung gesehen? Taktische Crew-Meister-Crew-Meister-Leistung. Hier, zack. Nehme ich mit. NEHME ICH MIT! Okay, jetzt kann ich die wenigsten. Beleidigung, dolle Time-outs. Okay. Ha, 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 ha! Ja, ha, 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 ha! Ja, ha, 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 ha! Ja, iiih! Wann, dann bin ich schon wieder Crew-Man. Wann, dann bin ich schon wieder Crew-Man, chat! So. Deutscher! AIDOUS! Was? Mit Schlotter. Ho, will ich wegwerfen? Irrigaler Classic Ist da jemand drin? Ist jemand ins Fettnäpfchen getreten? Oh, lass Elders killen Lass Elders killen Aber wo Elders nicht killen? Nicht, 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 nicht Elders killen Elders muss am Leben bleiben Schlossi? Killen! Killen! Killen Schlossi! Jaaa! Killen! F*** was er braucht, wenn er ruft an Das ist ein Beispiel Schlossi! Schlossi Killen! Wer ist der Leiche? Kurze Frage, wer ist gerade an dem Camp? Schlotti, ich und Ormed Ich auch Ihr seid zusammen an den Camps drin Also ihr seht gerade durch die Camps beide, Ormed und Schlotti Ja Das ist aus Admin rausgelaufen gerade Das müsste Eli sein Warte, wer ist? Warte kurz, warte kurz Wo bist du? Wo bist du? Wo hast du die Kunden überhaupt? Also ich sage, ich bin ja die ganze Zeit Let's Bay oben gesehen Sag doch einfach, wo die Leiche ist, Junge Ja, ich sag doch gar nicht Ich bin oben links gestern Let's Bay gewesen Hab da gecampt Dann bin ich da links gegangen Ich bin eh hinterher gerannt nach links So ungefähr 5 Sekunden nach ihm Und da liegt eine Leiche bei AFA Engine Was? Warte ne, das ist gelogen Das ist gelogen Okay, weiter geht's Warte Wer ist in Camps? Ormed und Schlotti? Ich bin auch in den Camps hinten Ich stehe auf dem Vent und war gerade fertig mit der Task Ich kam gar nicht von da Ich kenne er Du? Wo bist du? Okay, es ist safe, Koray Ich hab am App mit Pulk gechillt Da war unten rechts eine Leiche Da war ich gerade hin Da war Willi und Shields Und Navigation war anscheinend auch einer Koray, ich weiß nicht ob du's bist Jetzt mal Real Talk Aber ich habe keinen Bock wieder Gäste verdient Du musst die Leiche gesehen haben Schlotti, ihr wart in den Camps Nein, ich hab die nicht gesehen Ja, ja, ja Nein, Real Talk Real Talk, Koray, ich hab nichts gesehen Bei uns war's Es hört sich so an Aber Real Talk, ich war nicht da Ich war nicht da Ich hab's nicht gesehen, Koray Ich seh ihn nicht Hier, beide passen auf mich Ey, es sind 7 Seht ihr dumm? Weil Koray ist auch gegangen Nein, ich glaub Koray Also Real Talk jetzt Wenn du nicht verlieren warst Ich war's wirklich nicht Wenn Koray es auch nicht ist Dann sind's zwei andere Was labert ein Sinn denn? Ich dachte, aggressiv spiel Aggressiv spiel Reactor fixen So nämlich Und jetzt warte ich Bis jemand in mein Fettnäpfchen tritt Wer tritt in mein Fettnäpfchen? Schlotte Mach weg Mach weg Mach weg Yes 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 An den Camps, ne? Ja Ähm Ja, ne Woher kamen sie? Ich bin gerade durch Storage gelaufen Du wolltest zu Admin laufen Lüge Schlotte, woher kamen sie? Ich kam von links unten Ich kam von links Ja Ich kam auch von links Das ist dumm Denn die Leiche ist Lower Engine Hinter euch gewesen Also ich war in Electric eingesperrt Und die kamen gerade Schlotte und Erne Und äh Dann bin ich Wollte ich gerade zu Reactor laufen Und unterwegs war die Leiche Und Schlotte und Erne kamen Von da Ich denk mal das sind beide, ja Eli, du bist auch in der Nähe Wo bist du? Ich bin kurz Wer von euch war vor euch? Wer von euch war der Erste? Ganz kurz, wir müssen ja zusammenarbeiten Ich war's real cock nicht Ich bin kurz vor Cafeteria, Koray Schlotte kam später, ne? Erne Digga, ich war Ich hab nicht gesehen mit Schlotte Ich bin alleine gelaufen Oh, ihr seid zusammen da unten gelaufen Schlotte vor Electrical oder nicht? Ihr seid beide nach unten gelaufen Ja, die Türe war zu Da bin ich weiter gelaufen Ja, wer war zuerst bei der Tür? Wer kam zuletzt? Der hintere wird sechsmal gekickt Doch, Sidney, Sidney Was laberst du? Schlotte, du zuerst zur Electrical Digga, kann ich mal reden, Alter? Erne ist es Nein, warte ganz kurz, warte ganz kurz Warum? Sidney, Koray Kenner We'll talk Einer von den beiden ist es safe Ja, ich weiß Ich weiß Erne und Schlotte Erne Junge, wir können erst mal den kicken Der als zweites gelaufen ist Safe, dann macht Schlotte Ja Erne war der zweite Ja, Digga Es sind zwei nach unten gelaufen Aber ich weiß nicht wer Wenn du sagst, dann war ja das ja Digga, ich war links unten Bin dann an Electrical vorbeigelaufen Da habe ich den Weg so Und bin links unten unten Digga, ich muss das gleiche machen Digga, ich muss das gleiche machen Digga, ich muss das gleiche machen Die wissen gar nicht, was sie sagen Schlotte, 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 Schlotte Geh auf Schlotte Ich hab richtig Angst vor Elie, ne? Oh Gott, Digga Jetzt geht das wie Lauf mit mir die ganze Zeit Schlotte, und wer hat noch Erne gewählt? Ja, gute Frage Schade Erne muss am Leben bleiben Koray muss sterben Was soll ich denn machen, Digga? Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ich muss einfach hoffen, dass einer tot ist Oh mein Gott Das war die letzte Hoffnung Es war die letzte Hoffnung eigentlich Nee, aber das Ding ist Das Ding ist Hä? Obwohl, ne, stimmt eigentlich Guck mal, wir lieben dann Wir lieben dann Mit Koray, Edi und ich Mann Ja, das war Lotto spielen gerade Das war gerade Lotto die selber Wenn jetzt einer tot wäre Also ja doch War schlau, war schlau Ich hab geskippt Aber Erne ist die andere denke ich auch Wollen wir skippen? Habs nicht gescheckt, war ehrlich nicht leicht Du hättest alles auf Erne geben müssen Dann hätten wir jetzt Doppelge gemacht Dann hätten wir gewonnen Hättest du gerade irgendwie Erne beschuldigt Dann hätten wir gewonnen Koray läuft halt die ganze Zeit mit mir Was soll ich machen, Chat? Und einmal raus dem Mann Ernesto Werder Das ist jetzt schlau gemacht Das ist jetzt schlau gemacht Nee, warte Es ist schlau Es ist schlau Endwieder Weil wenn ich im Poster wäre Hätt ich genau das gleiche gemacht Mann Koray, ihr kennt uns Sydney Wir waren die ganze Runde zusammen Ich weiß Reaktor nach rechts Er killt ihn Ich weiß doch Ich war doch mit euch abgehakt 100% Wählt Ernesto und wählt er mich So Mann Jungs, das ist gerade Aussage Ich weiß doch Ich weiß doch Ich weiß doch wie es ist Jungs, bitte, bitte Koray Ihr müsst an die Runden vorher denken Bitte hört jetzt auf mit sowas Das spricht nicht für dich Weil wir gerade ein Verhältnis hatten Was nicht gut war Du bist mit mir gelaufen Da sind keine Kills passiert, Koray Ich bin mit dir gelaufen Da ist kein Kill passiert Das spricht doch nicht für dich, Bruder Denk doch nach Aber ich bin mir nicht 100% sicher, ne? Ich bin mir auch nicht sicher, Bruder Sollen wir mal warten Und nächste Runde, wenn ein Zwischenfall ist Dann wir Eigentlich schon Sydney Ich hab übertrieben viele Trafen Das ist wirklich übertrieben Oh mein Gott Jungs Das ist mal offen Das mit Schlotte Sydney Also ich Scheiß drauf Ich weiß, aber Schlotte hat Ernee beschuldigt auch Ja, wir müssen sicher gehen Sydney, es gibt das Sydney Es ist unegal, was es ist Wir wählen denn Ernee, wenn es Zwischlinge ist Er muss erst mal wieder den Kill schaffen Ja genau Re-Rap Sydney, ich muss wirklich alles machen gerade Fast alle Tage Bleib die ganze Zeit bei mir Sydney Die ganze Runde wirklich kleb an meinen Arsch Das ist so dumm Ich schwöre Hätte Ernee das bei mir gesagt Sobald ich hier sitze Und Willi, du guckst zu Ich schwöre, die hätten mich raus gewählt Wenn es genau die gleiche Situation wäre Ich schwöre, die hätten mich raus gewählt Ich muss das Deckel machen Wir müssen gleich Reaktor machen Ey, O2 meine ich Wir müssen O2 machen und die müssen sich dumm aufteilen Nicht Ernee kennen Nee, nee, ich kenn nicht Ernee Ruhig sein Stammel Ruhig sein Stammel So, jetzt müssen sie sich aufteilen Soll ich den jetzt killen? Hä? Siehst du aus mit Aufgaben? Tja, das ist so offensichtlich Er hätte doch einfach gerade jemanden killen können Er hätte einfach Dings Ich hätte einfach Koray killen können Ja, ich werde auch nicht Ja Achso, ja stimmt Hätte wirklich keinen Sinn Okay, gut Wie viel fehlen noch Koray? Wie viel fehlen noch? Ich bin dir die ganze Zeit unter Nerven kitzelt Ich glaube vier oder fünf Hast du denn die ganze Runde gemacht, Junge? Bruder, ich war die ganze Zeit mad bei Die ganze Runde Wie viele Aufgaben? Ich bin fertig Ich bin fertig Vier oder fünf oder so noch Oh, jetzt? Ja, okay Nur noch deine, glaube ich Geister, alle lieben die Dings am besten Pfff, ich hätte wirklich Stackel machen müssen Scheiße Ich hätte Stackel Ich hab nicht daran gedacht Nee, wo Koray hochgelandet Aber guck mal, er weiß ja dann Wenn ich unten geblieben wäre Hätte Koray gewusst Warum renne ich nicht mit hoch? Wisst ihr, was ich mein? Ich brauche noch Nicht lights oder so Wir brauchen O2 Wir brauchen O2 Was mach ich jetzt? Ich kann nicht nach oben rennen Dann Koray, also das hat keinen Sinn Macht das Sinn? Macht das Sinn, Chat? Drei Hicke Drei Hicke Nein Oh mein Gott, das ist so ein Stein Der mir grad vom Herzen fällt Du glaubst gar nicht, ne? Jungen hab ich pulst die ganze Runde lang, ne? Okay Koray Jetzt musst du mir einmal zuhören Nein, Smaller war mit mir, ey Jetzt musst du Er, nee Er, nee Er, nee Er, nee Du musst mir jetzt zuhören Es gibt einen Bug in dem Spiel Es gibt einen Bug Es gibt einen Bug Er hat gewählt in der Spiel Dirk, Koray zum Glück haben wir dich gewählt Oh mein Gott Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich war mir so sicher, dass wir ihn entgegen Ich weiß nicht Ich hab dir die ganze Zeit zuhören Bei dem ersten Reaktor hätte ich die Fitte wegmachen müssen Auf Erlegen ist und dann der Spiel Das stimmt Dirk, wie intens war die Rolle Aber ich schwörs dir Alles, das war so schnell Ja Nein 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 Aber war ne coole Runde, oder Chat? Ja, das war voll intens, Chat Ich musste die ganze Zeit überlegen Ich fand die, ich fand die Runde war cool Ich fand die Runde war cool glaube ich glaube Wir nicht B